Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen. Ähm... Ich dachte, wir machen wieder mal ein Video. Jetzt sind zwei Tage nichts gekommen. Weil ich nicht mehr gewusst, was ich noch machen soll. Weisst du, bist heute noch nicht so recht. Und... Die Videos, die ich letztendlich gemacht habe, zum Beispiel das für zwei Tage, ist bei euch nicht gut angekommen. Ich weiss nicht wieso. Und... Und... Ich weiss nicht wieso. Obwohl... Das ein wichtiges Thema ist. Und ähm... Und ähm... Jetzt bin ich gerade in Zürich. Ähm... Das mache ich eigentlich immer am Samenstück. Wenn es mir langweilig ist. Ähm... 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 Wo war ich? Ähm... Die Velausstellung. Die Velausstellung bin ich gewesen. Ähm... Schon wieder die mit dem... Unglaublich. Und ähm... Und ähm... Und ähm... Und... Und... Es geht noch bis morgen. Ich habe voll vergessen, Videos zu machen. Das kann ich sonst noch am Morgen machen wahrscheinlich. Und ähm... Und... Und... Dann bin ich in Zürich City gewesen. Habe etwas gesucht. Habe mich nicht gefunden. Aber egal. Ähm... Jetzt habe ich alle... Nein... Oh... Ich muss gerade etwas... Meistens öffnen die da... Unglaublich. Ähm... Sind bin ich da... Urli Mario. Bin ich früher mit... Ähm... Geschenk mit der Klasse. Und mit ein paar anderen Film gewesen. Und das ist der Horror gewesen. Und... Ich weiß... Indie Videos sind langweilig. Aber... Ich mache das Beste drauf. Und... Und... Ähm... Ich mache einfach alles aus. Auf spontan. Ich mache einfach alles aus. Spontanität. Weil ich plane überhaupt nicht. Und ähm... Und ähm... Ja... Ich mache ja... Da sieht man das Logo, das Glav von Android Glavs Da hinten wir auch Wenn man hier da hinten drückt sieht Mal gucken Da ist Google Die Google ist gerade von der Schweiz Das gibt wahrscheinlich keine Ahnung Und da haben wir Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Ja, ich habe keine Ahnung, ob Dugel von der Schweiz ist, oder was sonst in der Nähe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso von Niederahnen. Ja, ich muss euer Neubstandes zeigen. Ja, ich muss euer Neubstandes zeigen. Ich klatsche noch gerne durch das Zügel mein Hans. Und ich habe letztens einen Kommentar bekommen von ihm, dass ich mit YouTube aufhören soll. Dass ich niemand meine Videos schaue. Oh, ich habe gerade etwas gesehen. Ich rede gerade weiter. Ich kann etwas anderes sehen. Da hinten. Da hinten ist ein Ferrari. Ich glaube, der Oma. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja. Aber eben, ich habe immer mal einen Kommentar bekommen vor ein paar Wochen, dass ich aufhören soll mit YouTube. Weil eh niemand meine Videos schaut. Und weil meine Videos zu langweilig sind. Aber, ähm, da kann ich auch nichts dafür, wenn da nichts los ist. Und ähm, ich zeige euch eigentlich nur das, was ich denke, was sie euch interessieren können. Zum Beispiel die, die zunimmt von Deutschland. Oder wie so. Und ähm, ja. Und sonst. Und da ist gerade, wie sagt man, ein Synagoge. Oder so. Oder so etwas. Einfach das, das Haus hinter mir. Und, ja. Und, ja. Das hört alles zu. Und, ja. Das ist eigentlich da, wo ich bin. Heidenach bin auch neu zu. Heidenach bin auch neu zu. Und, äh, da ist es, das Judenviertel. Ich weiss auch gar nicht, wieso gehen auch da ein Judenviertel ist, keine Ahnung wieso es gerade da ist, aber es stört mich überhaupt nicht und ähm, ja, und sonst, ähm, sage ich hier habe ich noch ein paar andere Sachen, gerade noch wie ein Zitle Ah ja, stimmt, und mir hat auch mal einer gesagt, ich rede zu viel und äh, äh, ja, ich glaube, es passiert nichts in meinen Videos und ähm, aber da kann ich auch nichts dafür, wenn nichts passiert und ähm, und die Veranstaltungen, die geht erst mal erst noch los richtig, dann dann kann ich von dort noch ein bisschen flogen und so, und ähm, ja. Ja, und so, ich weiß, ja, und ich würde es nochmal sagen, so. Da ist Isocray. Wir leben das Reporter 3. ... ... Das ist die Nationale Physikoföderation. Einfach da. Ja. Ja genau. Ich finde nur ein paar Lüge da oben hoch. Ich stelle doch nicht abgeholt. Einfach da. Und äh... Ja. Ich hoffe so. Da gibt es auch eine Pflichtzeuge. Äh... Ja. 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 Das ist eigentlich nicht zu viel zu sagen. Und man kann... Und dass es nichts passiert, kann man verstehen was man will. Darunter verstehen. Und... 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 Ja... Das brauche ich noch. Mal... 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 und da gehe ich ab und zu, wenn ich meinen Pass neu machen muss, aber ja, und sonst ein Teil musste ich auszulassen, weil es gerade Musik hatte und das kommt, glaube ich, nicht so gut an. Ich hatte gerade Musik. Ich hatte ein Fest oder so etwas. Nicht, dass ich mein Video gespielt habe oder was auch immer, dass ich Probleme bekomme. Darum habe ich abgestellt oder Pause gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war einfach ein bisschen langweiliger Vlog, aber mir hat es trotzdem Spass gemacht. Ein bisschen zu Zürich hängen, chillen, ein bisschen shoppen, obwohl ich nichts gekauft habe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega freuen auf ein Abo und auf ein Like natürlich auch. Ich hoffe, es gefällt euch meine Videos und meine Fragen und ich gebe mir da Mühe. und ähm, ja. Also, entschöne zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. Intro Bis zum nächsten Mal.